Es gibt diejenigen, die glauben, es gab sie erst nach der von Menschen verursachten Umweltverschmutzung. Dass sie hier sind, um den Planeten von dem Virus der menschlichen Rasse zu befreien. Und uns alle auszurotten. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Habt ihr mich verstanden? Ja. In Ordnung. Wir treffen uns hier, bevor die Sonne hinterm Hügel untergeht. War schön, dich zu sehen. Du bist zu spät! Tut mir leid, ich hab die Zeit vergessen! Sind wir sicher? Sind wir. Alles sticht. Ja. Danke für dieses Essen, das unsere Körper nähren und stärken wird. Danke, dass du uns als Familie zusammengebracht hast. Ich will mich nicht mehr vor Ihnen verstecken. Was sollen wir tun? Sind wir nicht Männer? Wir müssen hier raus. Wir sitzen in der Falle. Sie kommen von unten zu uns hoch. Sie sind gleich im Hass. Vertraue mir einfach. Ab всего, von mir. gesch什么 Leute? Pfle-wartschrauss. Meine Liebe.